Wir sind in den Walderstadt und heute laufen wir mit meinem Freund Sengi. Der hat Chips dabei. Und ich bin der YouTube-Logger und ich weiß noch nicht, also uns rist neu. Ich weiß nicht, wie wir uns dabei sein. Also, der sieht heute aus. Okay, wir laufen jetzt in den Walderstadt. Wir wollen euch zeigen, wie die Walderstadt aussieht. Wenn ihr nicht in den Walderstadt wohnt, dann könnt ihr mal anschauen, wie es hier aussieht. Wenn ihr wisst, wie es hier schon in dem Titel aussieht, vielleicht kommt noch ein zweiter Teil dazu. Ich weiß es nicht ganz genau. Dort, äh, dort wo ist der Döner. Da kann man Döner essen. Die Döner essen. Döner in den Dönerladen. Da steht doch Flemming irgendwas. Flemming. Das wäre der Dönerlad. Kaufe im Ates-Kebab-Haus. Ates-Kebab-Haus. Ja. Dann haben wir, also, heute haben wir Fahrzeuge. Wegen des ist es oben auch so geschmückt, wenn ihr fragt, warum. Also, schau mal noch mal. Da oben ist die Küche. Ein Moment. Jungen, du wirst mir Wuppe suchen. Ist ja egal. Ähm, ähm, also, heute ist der 31. Am 11. ist Hashing. Ähm, ähm, wenn ihr halt zur Fasching kommt, könnt ihr uns vielleicht treffen. Ja. Ja, jetzt haben wir jetzt schon. Ähm, und deswegen ist es da auch geschmückt. Jetzt soll ich den Kaugummi-Automaten... Jungen, das mussten die doch nicht wissen, Mann. Das gibt's in jeder Stadt. Ja. Wir geben uns 20 Cent her. Aber das ist so ne... Bitte. Jungen, nein, Leute, das ist... Oder 10 Cent, dann können wir uns so ein Kaugummi... Leute, das ist so ne... Nein, Leute, das ist so ne Verarsche. Kauft niemals. Und wer genau kauft das niemals. Das ist auch ne Verarsche. Ja. Ja. Das kostet noch 10 Cent, man kann Kaugummi... Man kann Kaugummi günstiger. Zum Beispiel ist Center Stock für 5 Cent aus. Jetzt kommen wir für... 10 Cent. Also, wir sind bald, äh, zeigen wir die Schule. Einen Moment. Ich habe auch einen Kanal, der hat 20 Abonnenten, heißt die SlamcockTV. Der dort dreht lustige Videos. Ja, und... Einen Moment. Der dreht auch lustige Videos. Ich habe auch einen YouTube-Kanal. Der hat aber nur einen Abonnenten. Zwei. Nein, zwei. Äh, weil ich so... Na, wie soll ich sagen, ich werde bald, ähm, richtige Videos drehen, die nicht mehr so dumm sind, wie die anderen. Auf jeden Fall heißt mein YouTube-Kanal Samy Perver. Eigentlich wollte ich, also, eigentlich wollte ich, dass das Samy Perver heißt, weil... Ich heiße so, also ich heiße Samy, mein Nachname ist Perver. Ähm, Leute. Also, der... Also, Kameramann, Stefan... Ich habe halt aus Versehen, Samy Perver. Und da, äh, Kameramann, Stefan... Ja, ja, guck mal. Stefan, ja, guck mal. Ist unser Kameramann! Tududududu. Jo, Leute, das war's mit dem Video. Lasst einen Abonnenten drauf. Lasst einen Daumen hoch. Äh, du hättest... Du hättest... Drückt auf den Abo-Button, äh, Glocke aktivieren und... Like. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ajo, Mowandor. Gut. Ja, guck mal.